Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anominee Wars on Earth ist in Mission Nummer 12 der Zusammenstoß. Wir haben Informationen erhalten, nachdem der Feind damit begonnen hat, eine Art Verteilungskitter um das Wrack zu errichten. Wir müssen sofort zuschlagen, bevor es voll funktionssüchtig ist. 14. Splatoon, es ist an der Zeit diesen Krieg zu beenden. Ich bin mal gespannt, weil ich glaube es misst. 14, 15, 16 Missionen? Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Die Kontrollen der Verteilungskitter. Der Geist. Und du sagst mir nur das jetzt? Warum? Keine Zeit, General. Der Prozess hat überpassiert den Fertigungsgericht und hat die Energie aus dem Körbe. Wir müssen es auf alle Kosten. Das ist nicht vorbei, Professor. Schau mal, 14. Wir haben eine kritische Situation auf unsere Hand. Dein Hauptsatz ist, dass du mit dem Fertigungsgericht in den Fertigungsgericht ok da machen wir das doch schicker keine ahnung was das hier unten sein soll so wir haben auch kein zeitbonus sonst irgendwas das heißt ich möchte eigentlich dass solche um haben das heißt auch noch das gemacht haben uns das hier noch hinzu 1 2 3 große geschütze damals bis 2 in der mitte eigentlich durchgehen ich glaube das machen wir auch würde ich sagen da gehen wir aber hier so einfach so so hier um hier um so geradeaus da können wir hier umfahren poppapom die paar hier vielleicht nicht unbedingt wobei man weiß es nicht so genau wir gucken jetzt einfach mal wir gucken mal so und ziemlich viel das heißt panzer brauchen die am anfang warum nicht gefolgt von einem schild und panzer mit besorgen warum nicht und warum nicht noch mal ein panzer was abgeräten schritt kommen doch abgeräten ok probieren wir es mal aus es klingt interessant ich glaube so innen nicht stark habe ich das ding noch nie aufgebaut bisher auf keinem auge so ja das haben wir auf jeden fall ziemlich schnell wegbekommen so schnell kann es gehen naja versuch das schild nur so dringend schaffst du aber nicht so schnell wirst du nicht zu wollen kommen wenn ja gerade reparatoren für uns na komm das nächste das macht ganz und gar nichts komm ich habe werde ich jetzt wo wird zweig was mit bekommen haben du ja der noch ein bisschen besser werden kann mal so schlecht nur 200 ist natürlich auch was neue einheiten ich bin ja auch nichts dagegen so ich bin mal gespannt was ist das denn hier die komische aus sollten wir das vielleicht umrunden was was für eine falle bitte heißt wir müssen so so okay hab verstanden ich hätte sowieso ausschalten müssen okay okay die frage ist sollte man hier auch noch bis zur störung anrichten oder einfach nur sagen weil ja okay das ding ist in der mittel ich weiß nicht ob das uns töten könnte na gut es will ich gerade wissen dass der schnellste weg eigentlich so 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 und dann wird zurücklaufen sowieso ausschaut na gut ich hätte gerne ein bisschen anders gehabt aber wenn nicht dann eben nicht so machen wir einen ratschlag der zerstörung hier draus das ist nicht gut ist egal was wir kaputt machen die bei der aktion drauf gehen können das ist überhaupt nicht schön oh man okay schon mal noch mal ich bin mir feuer frei ja komm feuer frei so bitteschön wenn dann alle man hier angreifen wenn schon dann ich werde sagen hier ich weiß auch warum ich weiß auch warum nur keine sorge 200 ja ist noch ein bisschen zu wenig so hat 50 brauche ich bei dem ding hier so besser wesentlich besser wesentlich besser den schaden in kümmerkörner werden der funktionierende funktionierter ist funktioniert alles wunderbar so hier jetzt da nur noch dort 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 hier immer schon hier angreifen fuhuhu aber jetzt was ich jetzt aber bis was bekommen da kommt da kommt greift mich an greift mich an na wunderbar noch 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 gar sagen können wir vielleicht den noch ein bisserl abgelehnt nein nicht okay nein jetzt hier auch kann ich jetzt nichts davon ab oder was nein wahrscheinlich nicht so ist auch schon okay dann müssen wir einmal so rumfahren und am hier um fahren haben wir die chance noch auf irgendwas da fahren wir gerade entlang da fahren wir gerade entlang und hier fahren wir gerade entlang okay ich hätte auch links fahren können aber ja was weiß apc noch mal in der nähe die sind zwar langsamer aber sie funktionieren so wie sie funktionieren sollen ich hoffe dass er das nicht irgendwie repariert hätte ich das gewusst wäre ich anders gelaufen aber sowas von eigentlich das hier noch mit oh meine güte wo kommt denn das zeug auf einmal her also ein bisserl viel also das ist ein bisserl overkill was wir gerade mit mir anstehen junge okay aber ich muss hier durch was nach hier nur durch ja du kriegst kein visual hier zusammen forget it nope gerade sagen lass das mal in ruhe lass das mal in ruhe so und 35 das reicht nicht aus um ihn zu verbessern 200 reicht es auch nicht ganz aus hier nochmal äh reparatur warum nicht haben wir noch was übrig 109 oh meine güte das ist zu viel das ist zu viels guten hier hin hier hin hier hin hier hin äh dich wegbomben so dankeschön fürs gespräch haben wir die schoss 500 ihr habt den panzer hochmotzen äh ich bin ja schon dabei bin ja schon dabei die frage ist könnt ihr das mal kurz dankeschön wenn ich das mal kaputt mach endlich das wäre ganz liebenswert richtig liebenswert sogar ok auf jeden fall hier rum so wie es ausschaut ich möchte das zeug auch noch mitnehmen also muss man auch hier rum und dann gehen wir dort rum dort rum und pulverisieren das dinge noch vor uns müssen wir alles hinter uns gelassen haben so zu sagen ja schon gemerkt aber sonst wäre es so langweilig wenn man nicht genug genug zunde bekommen sowieso ausschaut ich habe ja schon recht recht böse sachen hier momentan aber das ding ist echt böse das ist mehr als böse auf auf ja ja das war so klar es war so klar ähm bitteschön so dann jetzt bitte einmal reparatur ding einmal das ding hier noch hin bauen denn warum nicht ja ich bin ja schon dabei ich bin ja schon dabei so wunderbar reparatur überall hinschmeißen dann einmal dorthin ja und ich habe zu ihm gesehen wir haben ein panzer verloren was nicht gut ist äh bt den den dragon doch mal nach vorne holen das hätte jetzt auch ein bisschen besser laufen können ich ganz ehrlich zu das hätte auch ein bisschen besser laufen können ja so bitte reparieren und durch den gleichen weg müssen wir nochmal zurückfahren dann ich hoffe mal die nach hinten so dankeschön aber ich finde es jetzt schon doof dass wir den 1 echt verratzt haben hier im haupttag und hier Mist einfach nur Mist das ist so unnötig gewesen das ist Looks like it's about to deactivate. This is Air Force 7. Picking up some strange readings from inside the anomaly. That processor's heating up fast. Dial's off the charge. Oh, come Sean. I don't believe it, General. That processor. It's created a new generator. Heads up. Enemies appearing from multiple directions. That processor's constructed a whole new offensive line. It's their last attempt to stop us. That processor must be almost out of power. It's like this thing is trying to stall us. Sir, that thing is moving towards the ship. We're heading back to the ship's energy core. We can't let it recharge itself. 14. Destroy that damn power field already. Okay. Den ganzen Schmacher nochmal machen, so wie es ausschaut. Dann gehen wir am besten... Puh, ja, wo gehen wir jetzt am besten hin? Hm, 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 hm. Da gibt's jetzt auch so'n... Missaigedönse. Puh. 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 Das schaut mir eigentlich der beste Weg aus. Jupp. Puh. Puh. Ich hoffe mal inständig, dass das so funktioniert, wie ich es mir grad vorstelle, weil sonst haben wir nämlich ein ernstes Problem an der Backe. Das ist mein ernstes Problem an der Backe. Und danach, so schnell wie irgendwie möglich... Ich möchte hier raus eigentlich, aber okay. Man kann hier nicht alles haben, sowieso schon. Man kann hier nicht alles haben. So, Adler. Ja, 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 ja. So, ich kriege den noch Unterstützungsfeuer. Ähm, das tun wir auch noch abschießen. Das tun wir noch reparieren. Und ich bin da rum. Er ist auch nicht kaputt gegangen. Das Ding ist nicht drauf gegangen bei der Aktion. Ja, 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 ja. Ich bin ja... Ah, verdammt noch eins. Schon wieder verkackt. Schon wieder verkackt. Okay. Puh. Das wär jetzt auch zu schön gewesen, hätten wir es pünktlich geschafft. Das Spiel möchte einfach nicht, dass ich pünktlich irgendwas zerstöre, sowieso. So, call nach hinten. Müssen wir jetzt mal damit zurechtkommen. Hilft alles nix. Hilft ja schließlich alles nix. So, was haben wir alles. Wir haben auch noch ein paar Granatensweser-Shot. Das heißt... Naja, du wirst hier weitermachen. Du wirst hier weitermachen. Und nochmal hier. Wunderbar. So, jetzt können wir es nämlich angehen. Dann werden wir hier noch ein bisschen was reißen müssen, um dich hier zu reparieren, ein bisschen was reißen müssen. Komm, 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 komm. Dankeschön. Ich hab die Box nicht mal mitgenommen. Okay. Wir müssen da nochmal entlanglaufen. Hilft alles nix. Hilft dir alles nix. So, bitteschön. Können wir mal dich abwenden. Ich hab' die brauchen wir nicht, aber wir gehen bis zum Unfall. So, hier. Wunderbar. Greif das hier zumindest dann. ich würde sagen wenn wir das hier vielleicht abschießen können das wäre ja gar nicht mal so schlecht aber anscheinend haben wir da ein paar probleme wunderbar okay dich nach vorne dich nach hinten stellen kann sich nicht abgänzen kann ich abgänzen ja wunderbar so meine güte soll es bitte gib nach ok heißt so schnell wie möglich abhauen so schnell wie möglich abhauen so um so um so herum darum abhauen dann hier entlang fahren hier und da würde ich sagen ist party time ja angesagt warum noch ein paar ein paar zum jungen oder rechts umfahren wo ist besser ich glaube links ist ein basse weniger das ist ja okay machen wir so machen wir so das mich nur lass mich hier ja in ruhe dankeschön dafür ja mehr brauchen wir brauchen wir brauchen als andere wird es bloß ja nice trifft sagen muss man so er texten ort bringt sie raus bringt sie schmeißen will ich bin zufrieden mit dem was wir haben sagen muss man so und hier sagt noch mehr noch mehr als mit dem eis mitnehmen gerne überlegen multi angriff und sowas natürlich auch eine interessante idee man der davon muss am meisten aushalten ok wir haben 450 und ob das 13 auf schild stärke wir gucken er das mal komm schon es muss jetzt echt nicht sein es muss das ganze gar nicht sein und weg und weg und weg und weg ja ich komme ich komme nicht ich komme nicht ein zeichen auch kommt ernsthaft ernsthaft backup ist hier aus na kommt ja noch mehr hin bauen dann können wir hier noch ein hin bauen wenn sich um den kümmert und das sollte es auch nicht mehr aussagen doch 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 das schafft ihr schon das schafft ihr schon ich glaube an euch ich glaube an euch ich glaube an euch aber nur eine nur eine einheit ist draußen wissen wir sagen ich habe es doch noch geschafft so aufrüsten hinten und feuer frei ja oh man ja was der ist nicht gut wer verkackt das ist zurück nach bagdad ok das schon mal gut zu wissen das ist mehr angriff auf tokyo spiel muss freigeschreiten ok gut spiel muss haben immer was für sich das 14.480 ja ich war diesmal echt schlecht zu viel mal im panzer zu steuern lassen ok anscheinend sind wir zurück und jetzt mal im bagdad wird auch hier die große entscheidung fallen das aber in den nächsten aufnahme folgen bis dato aber hoffe ich hat viel spaß mit zuschauen und es würde mich freuen wenn ihr das nächste mal mit dabei sein könntet macht es gut und wie immer bis zur nächsten ten am 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 im am am am